Wer bist du? Es ist alles gut. Es ist okay. Ich will keine Probleme. Ich will keine Probleme. Das ist das Grund, dass du gut bist, um sich zurück und wegzunehmen. Jetzt. Schau, ich bin sorry, dass ich dich verabschiedet habe. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht verlassen. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht, und sie wissen, dass wir hier sind... Du bist von Crawford? Sie sind nicht zu mir. Ich weiß. Wo kann er sein? Alle anderen hier sind weg. Ich denke, du besser starten zu sprechen. Ich bin nicht von hierher. Ich bin von Athens. Grew auf in Macon. Ich habe ein Bruder in Macon. Du warst da? Wie war es? So schlecht wie hier? Entschuldigung. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schreien ihn in die Hände? Warum nicht? Es ist mehr von einer Merse, als jemand von Crawford gezeigt hat. Ich denke, Vernon. Was denkst du, wenn sie hier finden, dass wir hier stehen? Verdammt. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Du kannst das Risiko nehmen. Schreien. Schreien. Wir wollen das nicht tun. Wir sprechen, okay? Was zu sprechen? Du wirst uns gar nicht sagen, was du bist. Mein Name ist Lee. Ich bin Wissenschaftler. Und ich will nicht sterben. Und ich glaube, du willst mich auch nicht töten. Nein. Nehren. Oder ich schreie. Komm schon. Wir sprechen über das. Vernon, was du machst? Schreie ihn! Oh, schreie ihn! Oh, schreie ihn! Oh, schreie ihn. Verdammt. Das ist nicht freundlich. Auch das ist der Zunetzt. Äh, äh. Ah, so nochmal von vorne. Es ist alles okay. Freundlich sein. Ich will keine Probleme. Wir wollen es nicht. Das ist weshalb, dass du gut umdrehen und wegstiegst. Jetzt. Schau, ich bin sorry, dass ich euch verurteile. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht wegstiegst. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht, und sie wissen, dass wir hier sind. Du bist von Crawford? Sie sagen mir nicht. Ich weiß. Wo kann er sein? Alles andere hier ist tot. Ich kam hier mit einem kleinen Grupp, hoping zu finden ein Boot. Ich will einfach rauskommen. Wie geht es mir? Ich lasse mich nicht weg. Es gibt keine Boot hier. Crawford hat alles genommen. Ja, ich habe gehört. Du kannst ihn nicht verraten, Vernon. Du kannst ihn nicht verraten. Was willst du mir machen? Schauen ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr von mir, als ob jemand von Crawford uns gezeigt hat. Danke, Vernon. Was denkst du, wenn sie hier finden, dass wir hier unten stehen? Genau unter ihren Feten. Verdammt. Du bist richtig. Ich bin sorry, Freund. Ich kann nicht den Risiken. Ich bin nicht von Crawford. Aber ich habe gesehen, was sie da gemacht haben. Das macht mich krank. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube, dass du auch nicht bist. Ich glaube, dass du ein guter Mann bist. Gut, wir gehen nächstes Mal und versuchen, mir zurückzugehen. Hä? Was ist jetzt passiert? Okay. Okay. Wer ist denn? Es ist gut. Es ist okay. Ich habe keine Probleme. Wir haben auch nichts. Wir haben auch nichts. Das ist weswegen, dass du gut bist, um zu schnauern und wegzuhren. Jetzt. Schau, ich bin sorry, dass du dich verraten. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht wegzuhren. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht, dann wissen sie, dass wir hier sind. Du bist von Crawford? Sie sind nicht zu mir. Ich weiß. Woher kann er sein? Alle anderen hier sind tot. Ich habe hier einen Körner. Alles, was ich will, ist zurück nach den Straßen, und finden meine Gruppe. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schrauben ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr von mir, als jemand von Crawford uns gezeigt. Was denkst du, Vernon? Was denkst du, wenn wir hier stehen? Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Du kannst ihn nicht aufhören. Schau, wir wollen das nicht tun. Wir sprechen, okay? Was zu sprechen? Du wirst uns nicht sagen, wer du bist. Mein Name ist Lee. Ich bin Wissenschaftler. Und ich will nicht sterben heute. Und ich glaube, du willst mich auch nicht töten. Keine. Keine Ahnung. Oder ich schreie. Komm mal. Wir sprechen über das. Vernon, was du machst? Schreie ihn! Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geh es einfach. Gut. Ich hab dir gesagt, er ist ein Lion. Er ist einer von ihnen. Geh ihn, bevor er uns töte. Geh es uns! Wer bist du? Es ist okay. Es ist okay. Ich habe keine Probleme. Wir haben keine Probleme. Wir haben keine Probleme. Wir haben auch. Das ist weshalb, du würdest du aufhören und verlassen. Jetzt. Schau. Entschuldigung, dass ich dich beschädigt habe. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht verlassen. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht, und sie finden, dass wir hier sind. Du bist von Crawford? Sie sagen mir nicht. Ich weiß. Wo kann er sein? Alle anderen hier sind tot. Ich bin nicht von hier. Ich bin von Athens. Ich bin in Macon. Ich bin in Macon. Du warst da? Wie war es? Wie war es hier? Wie war es? Entschuldigung. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schrauben ihn in den Kopf? Warum nicht? Es wäre mehr als ein Vergnügen, als jemand von Crawford gezeigt hat. Ich glaube, Vernon. Was denkst du, wenn sie herausfinden, dass wir hier stehen, direkt unter der Kiste? Verdammt. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann mich nicht aufhören. Schau. Wir wollen das nicht machen. Wir sprechen, okay? Jetzt heißt es reagieren. Du kannst uns nicht sagen, wer du bist. Mein Name ist Lee. Ich bin ein Wissenschaftlerprofessor. Ich will heute nicht sterben. Und ich will nicht sterben. Und ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht. Schau. 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 Was machst du? Werner! Schau. Schau. Ich bin hier, ich bin hier, um dich zu schaubern. Du bist wirklich nicht aus Crawford? Nein. Ich bin wirklich nicht. Na, wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. wenn sie angefangen, die Stadt zu verbrechen. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Die Zähne und die Zähne. Die Zähne und die Zähne. Die Zähne und die Zähne. Wir sind nicht so gut. Wir sind nicht so gut. Wir sind so gut. wir sind. Wir sind. Wir sind alle Mitglied der Kanzler-Servivoren-Gruppe die hier im Krankenhaus. Wir sind in der Reaktion. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben bereits fünf von uns vor dem anderen zu holen und schenken. Wir sind hier. Dieser kleine Basis hat vor dem Jahr. Was ist das? Der Morgue? Ja. Die Ironie ist immer hoch auf meiner Liste wenn ich einen Ort für ein Ort zu überleben. Wie hast du hier gefunden? Ein paar von uns wurden von Walkern auf der Straße kamen hier zu gehen. Jetzt möchte ich von hier raus und zurück mit meinem eigenen Das System du kamen über die Stadt zu gehen. Es wird woher du will. Das sind wie ein Schmerz. Eine Chance, du kannst mich nach dem Weg zurück. Aber wir haben unsere eigenen Probleme. Zwei unsere Gruppe sind und ich hier. und ich bin der einzige Doktor hier. Außerdem, warum müssen wir dir helfen? Schau, sorry wenn ich dich schrecklich habe. Ich möchte zurück zurück, Clementine. Sie ist deine Frau? Nein. Sie hat ihre reale Eltern. Ich mache was ich. nicht. Sie sind nicht wirklich mit ihm. Es ist okay, Brie. Ich hatte eine Frau, sie in den ersten Tagen. Ich werde schrecklich wenn ich das passieren zu jemanden. Wir brauchen dich hier. Ich werde zurück bevor Sie wissen. gehen. Los geht's. Also so hart dieser Gedanke von Crawford auch ist in gewisser Art und Weise verstehe ich sie in gewisser Art und Weise. Clementine? Clem? Molly? Oh hey, du hast es zurück. Wer ist das? Er hat dich nicht über mich? Entschuldigung, ich denke. Ich bin der der den 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 die Ich habe mich zurück in die Rive. Wer ist das Fossil? Was warst du? Ich habe mich gesehen. Ich habe dir, dass du etwas hast, was du anstattest, als ein Dank für deine Freunde zurückkehren. Ich glaube, du hast etwas, was mir gehört. Ich glaube, du bist zurück. Christa, was ist da? Es ist Omid. Er hat mich verletzt, viel verletzt. Wir haben einen Mann verletzt. Wer ist das? Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Oh, danke Gott. Kannst du ihn anschauen? Du musst uns helfen. Bitte. Ich sehe, was ich tun kann. Geh mir zu ihm. Omid, honey. Du bist gut. Lee hat einen Doktor gebracht. Okay, wir schauen ihn an. Ich arbeite besser ohne einen Publikum. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von dir selbst zu betrachten kannst. Glück im Unglück. Clementine. Clementine? Oh Gott, dann schauen wir es mal oben um. Clementine, du hörst? Clem? Sie ist im Schlafzimmer und sie schläft? Oh Gott, du hörst mir. Oh Gott. Oh Gott, du hörst mir. Oh Gott, du hörst mir. Oh Gott, du hörst mir. Wir haben bereits den Ort. Du wärst mir überrascht. Du wärst mir überrascht, was die Leute missen. Trust mir, ich habe das schon lange gemacht. Wo ist Clementine? Wo ist Clementine? Don't ask mich. Ich bin nicht ihre Keeper. Hey. Do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Die Musik gefällt mir gerade überhaupt nicht. Molly? I told you, that girl isn't with me. Go ask your buddies and quit bothering me. Irgendwas läuft gerade Gewaltig schief gerade. Gewaltig. GEWALDIG. Du bist in einem großen G. Du bist in einem noch größeren Waltig. Du bist da oben? Wohin. Wohin. Wie könnte sie sein? Clem? Clementine? Clementine, du bist hier? Wo ist sie? Die Zeichnung von ihr. Was ist denn los? Wo sind alle? Oder haben sie um mir und die anderen sitzen lassen? Weil sie gedacht haben, dass es für ihn keine Rettung mehr gibt. Weil sie gedacht haben, dass Lee tot ist. Wo hast du die Bottle bekommen? Ich habe sie gefunden. Willst du wiederholen? Weil ich besser kämpfere, wenn ich blöde bin. Was denkst du, dass Kenny so ist? Hey Mann, ich versuchte. Aber er hat mir gedacht, dass er meine Gesichter wird. Er wird nicht zuhören. Er wird mir nicht zuhören. Er wird mir zuhören? Er wird nicht zuhören. 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 Jetzt klingt die Zeit, um Gez zuhören! hey don't put all that on me Omid took a turn for the worse and Krista asked me to help I'm sorry I'm doing the best I can here she was frantic and things got kind of crazy I told Clementine to stay put what else could I do don't be sorry just tell me where the hell she is now I think she went out to play in the backyard on her own with no one watching her man will you get off my back she's fine out there she better be or it's your ass oh god this van oh clementine die kugel wird so schluck fuck wo ist die Klanin doors covered in pines don't think anyone came in through there is see oh is Was gibt es doch nicht bei der Klan hier? Wo ist vielleicht? Wo ist sie? Dort drinnen vielleicht... Komm, schau! Schau, was ich gefunden habe! Ein Boot? Ein Auto? Ein Boot. Ich glaube es nicht. Ah! Oh, schau, wie er lächelt. Das ist ja ganz süß, wenn er lächelt. Wie ist die Kleine da reingekommen? Ja, verkehrt ist jetzt wieder die Welt in Ordnung, so wie es ausschaut. Aber ich befürchte, dass unser Freund dort oben den Löffel abgeben wird. Wie sing, du machte alle nervös. Warum ist denn noch hier? Hey, wenn dein Freund wirklich kann das Boot arbeiten, du hast mich mit dir als Payment, um zu retten zu retten. Ich denke, das ist fair genug, nicht wahr? Will? Will? Willst du die gute Nachrichten oder die schlechte Nachrichten? Wir müssen die schlechte Nachrichten aus dem Weg weg. Die schlechte Nachrichten ist, dass sie uns nicht in der Lage ist, wie sie jetzt in Ordnung ist. Gas Tank ist empty, und die Batterie ist tot. Also, was die gute Nachrichten? Das ist alles. Das ist alles, was sie braucht. Gas und eine Batterie. Außer von dem, sie ist gut zu gehen. Wie müssen wir das Geld bekommen? Und jetzt? Es scheint, wie Crawford ist das ein Ort, das alles, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir da versuchen. Jetzt, warte mal ein Moment. Sicherlich müssen wir da versuchen? Wenn es Leute in dieser Stadt gibt, die noch immer, die noch haben, die noch haben, was es gibt? Was kann es tun, was es tun? Verrückst mir. Du wirst nicht wissen, diese Leute. Ich weiß. Du bist mit einem Mann verletzt, du bist mit einem Mann verletzt, vielleicht wäre es ein Neus auf den Nacken. Sie haben nicht genau die Kinder mit offenem Arme geholfen. Was ist das für ein Ort? Das Schlimmste? Aber ich weiß nicht, was andere Wahl wir haben. Und wie genau wir das tun? Weil, von dem ich gehört, dieser Ort ist nicht ganz freundlich für Outsiders. Da muss man einen Weg in, dass wir da nicht entdeckten können. Es gibt eigentlich ein Weg. Ich weiß, das Sewer-System, die unter Crawford läuft, wie die Backen meiner Hand. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich kann uns durch, damit wir über den Perimeter gehen, und direkt in den Zentrum, wo sie ihre Supply haben. Wir kommen direkt unter ihnen, nehmen sie bei Überraschung, holen sie was wir brauchen, und rauskommen, bevor sie sogar wissen, was sie verletzt haben. Das ist eigentlich nicht die schlimmste Idee, die ich schon gehört habe. Ich meine, es ist nah, aber ich weiß nicht. Also, vielleicht kann es funktionieren. Ich habe schon gedacht, das vorhin, einfach nie hatten die Leute, das zu tun. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten, wir können es wegziehen. Und was wollen Sie in der Rückkehr für all diese Hilfe, Sie haben uns? Crawford nicht nur haben, was Sie brauchen für Ihr Boot. Sie sind auch sehr gut, mit Medikationen. Medikation, die meine Leute nutzen können, so wie Sie können. Wir können das tun. Wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Also, dann ist es entschieden? Wir gehen nach Crawford? Wir können das tun. Ich weiß es. Ja, wir können das tun. Wir müssen das tun. aber ich würde gerne mal machen, etwas zu tun, als ich hier draußen warte, zu sterben. Das Boot ist eine Antwort aufzunehmen. Wir müssen nur ein bisschen weiter. Du bist in oder aus? Wir müssen jetzt gehen nach Nacht, in der Nacht. Ich werde meine Leute wissen. Ich werde euch alle eine Chance vorbereiten. Ich werde zurück vor der Nacht. Be careful. Das ist so, dass ich noch nicht bin. Ich habe gesagt, dass du in deinem Raum bleiben musst. Wie lange bist du da? Ja. Das wird gefährlich sein? Was wird gefährlich sein? Was wird gefährlich sein? Crawford. Ich kann nicht sagen, ich kann dir sagen, Clint. Ja, es wird gefährlich sein. Aber es ist die einzige Art, die Dinge, die wir brauchen, um besser zu machen. Und die Boot zu arbeiten. Das ist das, warum wir das tun müssen. Das ist das, das verstehst du? Ich will nicht, jemand anderes sterben. Dann wird mir wahrscheinlich... Ich bin ein Bender Schirr. Ich werde sicher das gleich wieder verrotten. Ich denke, ich sollte bereit sein. Oh? Was jetzt? Du hast gesagt, du brauchst uns alle, das zu tun. Und du hast gesagt, ich bin eine große Hilfe. Ich bin eine große Hilfe. Ich weiß nicht. Molly sagte, dass Crawford das einzige Ort in Savannah ist, die immer noch Menschen hat. Das heißt, es muss sein, wo meine Mutter und Vater sind. Genau? Ich glaube nicht, dass ich sie finden, in Crawford. Warum nicht? Weil sie gut sind. Und in Crawford ist ein schlechtes Ort, durch schlechtes Menschen. Ich glaube nicht, dass sie in einem Ort bleiben würden. Wie wissen Sie, dass sie gut sind? Sie haben sie nicht kennengelernt. Na ja, sie haben dich gegründet, nicht? Kann ich mit dir kommen? Ach, shit. Okay, du kannst kommen. Aber du musst dir sagen, dass du ruhig bleiben musst. Und du machst genau das, was du dir gesagt hast, die ganze Zeit da sind. Okay, ich werde bereit sein. Sie müssen uns nachdenken. Sie würden sich raus schleichen und uns folgen. Nehmen wir es lieber gleich mit und halten sie im Auge. Nice. Okay, Ben will come in a little bit. Who the hell is this? This is Bree, she can help us. Help us how? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Anyway, Magimoli. She looks like an Ezio clip. It doesn't sound like a cool clip. Hold on just a sec. Are you ready? Hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... This little girl is not just excess baggage. She's gotten us out of a tight spot more than once. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Oh, Ben. I say it. If you build the crap out of the crap out of you. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need. And we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? And that part about staying close. That goes double for you. Okay, this will be right around. Can't get a good look above with the cover on. Can't get a good look above with the cover on. Thank you, Captain. Obvious. Let's go. I've already told you something that will happen. There should be guards, patrols. What? Are you disappointed? It's just strange is all. I think I see one. Over there by the door. Huh. That's a walker. Okay. Me and Kenny will sneak up and try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal. Then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny. Let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Right behind you. Yeah, I'm worried and they're not good at all. Alright. That we you can now do this quiet thing down at the bottom. When I do that, none of you think... I'll shoot the lid open.